Ich bin Internorm! Weil Internorm einfach ein sehr familiärer Arbeitgeber ist. Ich habe mir sehr nette Leute getan und komme mit Uli relativ gut aus, mit denen ich zusammenarbeite. Und deswegen gehe ich auch sehr gerne in die Arbeit. Internationalität aufgrund von Produktvielfalt, von Werksführungen und aufgrund von meinen Mitarbeitern. Da habe ich mittlerweile schon neun Nationalitäten in der Produktion. Ja, aufgrund der Produktvielfalt durch sehr viel Fachwissen, was ich habe, und aufgrund der vielen Nationalitäten in der Produktion, muss man dann mit Religionen auf verschiedenste Weisen, die wir zu haben, gut zurecht kommen. Expansiv! Expansiv!